Ja, hier ein Video zur Gaumenpfeife bei Tom's Deco. Ich habe sehr viele ausländische Bestellungen und werde deswegen auch öfters gefragt, stell doch mal in einem Video online, wie das eigentlich funktioniert. Ihr bekommt zwar eine Anleitung, diese ist aber zurzeit auch auf Deutsch und ich werde versuchen, diese Anleitungen international umschreiben zu lassen. Bis dahin, dieses Video, also ganz einfach, ihr bekommt einen Brief, in diesem Brief bekommt ihr diese Anleitung und natürlich auch die Gaumenpfeifen, so viel wie ihr haben wollt. Also könnt ihr eine, 10, 20, je nach Belieben. Nun, das ist jetzt die Gaumenpfeife, so schaut die aus. Ganz wichtig, bevor ihr anfängt, ihr müsst die aufweichen. Dazu nehmt ihr diese, also das ist vorne, die Front, in den Mund. Wartet ein bisschen, bis der Speichel, das Papier aufweicht. Und dann legt ihr sie auf die Zunge, drückt sie hoch in den Gaumen und bläst ein wenig durch. Mit ein wenig Übung könnt ihr verschiedenste Töne produzieren. Übung macht den Meister. Und ganz wichtig, wenn ihr fertig seid, nicht einfach wegwerfen. Das ist Papier, das trocknet wieder. Da ist ein Kunststoffmembran. Diese geht eigentlich auch nicht kaputt. Das heißt, ihr könnt es öfters verwenden. Legt es einfach beiseite und wenn ihr wieder Lust habt, einfach rein in den Mund, anweichen und es geht wieder los. Mein Tipp noch, wenn ihr bloß eine bestellt, seid nicht traurig, wenn sie jeder haben will. Deswegen gleich mehr bestellen. Also, bis dahin, viel Spaß, euer Tom.